Liebe Oma, liebe anderen Gäste, wir grüßen euch ganz herzlich aus unserem schönen adventlichen Seattle und wir wollen jetzt noch ein kurzes Geburtstagsständchen singen. Bei uns, wie ihr seht, es ist nicht so schön verschneit wie bei euch, so, Isabel, Vivien, Ansgar, so, unser schönes Fenster-Ornament und wir singen jetzt noch ein kleines Ständchen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Oma, Happy Birthday to you. Ja, das ist richtig, ja.